Wie sterben wir? Die moderne Medizin ermöglicht den Menschen im Westen ein langes Leben. Und das hat natürlich auch das Sterben verändert. Für viele bedeutet es, dass das Sterben in die Länge gezogen wird und meist in einem medizinischen Umfeld stattfindet. Ist das ein gutes Sterben? Literatur dokumentiert unsere Kulturen des Sterbens. Und erlaubt uns darum auch, die sozialen, medizinischen und persönlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind, besser zu verstehen. Und deshalb benutze ich sie als Quelle und Archiv. Insbesondere in Bezug auf die Palliative Care. Ich arbeite mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Disziplinen zusammen. Und dieses Zusammenführen von verschiedenen Perspektiven rund um die Thematik Medizin und Sterben macht auch mein Spezialgebiet Medical Humanities aus. Und darin liegt auch meine Leidenschaft für die Forschung. Literatur setzt oft genau da ein, wo Medizin nicht weiter kann oder sich sogar in Widersprüchen verstrickt. Ich konnte zeigen, wie zeitgenössische Autorinnen und Autoren aus Frankreich, die sich wandelnde Rolle des Sterbens in der Gesellschaft aufarbeiten, dabei fordern sie oft auf kritische und kreative Weise einen Platz für diese Auseinandersetzung zurück. Wird das Schreiben dabei vielleicht selbst zu einer palliativen Praxis? Und welche Rolle spielen Bilder in diesem Prozess? Ich arbeite auch mit Einrichtungen in der Palliativmedizin zusammen, weil ich dadurch gerne erreichen möchte, dass meine Forschung eine Diskussion darüber anregt, wie wir sterben wollen. Als Forscherin mache ich mich dafür stark, dass wir unser Verständnis von akademischem Erfolg und Professionalität überdenken und auch dafür, dass Kinder ein sichtbarer Teil davon sind. Für diese Arbeit erhalte ich vom Schweizerischen Nationalfonds den Marihain-Fürklin-Preis 2022.